Oh nein! Alarm! Was ist denn geschehen? Ein Fakt! Was steht da? Kommt sofort zum Flugplatz! Alarm! Top! Wichtig! Ja, Detektiv! Kommt sofort zum Flugplatz! Alarm! Tom Turbo! Das klügste Fahrrad der Welt ist schon zur Stelle. Und wer kommt da geflogen? Zur Duselplatz! Mit Fallschirm! Hilfe! Alarm! Leg dich ab! Ich komme als Freund! Als Freund, wenn das keine Falle ist. Was sucht Fritz Phantom im Legoland? Wohin führt diese heiße Spur? Ein fürchterlicher Fresser im Legoland. Und was frisst der? Das! Hier werden Meisterdetektive gebraucht. Los Tom, fang den fürchterlichen Fresser! Die heiße Spur, heute um 10 nach 9.